Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, ich sehe da gerade einen wunderschönen Aufsteiger mit Unterbrechung. Also hier hat er im Leerlauf geschaltet, wir sind den Camp Trail hier unterbrochen. Und da geht es aber dann wieder schön weiter zur Sache. Unglaublich, was da rauskommt. Sehr schwer ruhig zu halten, 160-fache Vergrößerung. Wie gesagt, ich zoome einmal zurück. Der ist wirklich weit weg. Also so schaut es dann real aus. Ende. Na, der Dampf hier, auch wenn Rußpartikel drinnen sind, wie wir sehen, verflüchtigt sich sehr, sehr schnell. Weil das ist real und das hier ist Chemie. Weil das hier ist, dass wir noch nicht so sein, sondern wir müssen bald so sein. Und dann, noch mal, dass ich so durch die Nähe von Rußmark. Und dann, noch mal noch führen. Und dann, noch mal, weil wir die Unterbrechung, die Unterbrechung im Juni des ZIA. Also für den Unterbrechung sind dann noch keine Unterbrechung. Und dann, noch mal.